Bingo Bingo Bongo Dash Bash Warum beteiligst du mich nicht? Ich bin vor dir gestorben. Du bist bei mir nach mir umgekippt. Ja das ist wild pink. Ich glaube ich sterbe dann nächste Woche. Wenn ich nächste Woche dann zuerst spiele dann Dann sterbe ich alles zu schonen Dann kann ich Murphy vielleicht Around the World Ich sterbe halt wegen einer AK aus Das ist von der letzten Woche wahrscheinlich Schaut euch mein Gürtel an Die AK die so schön geprickelt hat in meinen Bauch Nabel Das ist auch lang Klassiker man Wer gibt eine Frau Bier auf den Bauch? Das ist doch voll eklig Also nicht der Bauch der Frauen Und auch nicht das Bier aber in Kombination Los rechts Why Wer blockt mich da Murphy Was ich war als Erster Nein Lügst du Der Connector hat uns alle steppen gehört Ja deswegen gehen wir jetzt schön hier rein Und dann Connector Und dann ab geht's Brauchst gar nicht lang mit dem Locken Let's go Connector steht immer noch Jo steht Rein, 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 rein Okay Lower Park Äh die rotieren über Lower Gut für mich Danke Hinter der Seite ist clear Blende, safe Ich bin unter Heaven 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 Connector kommt Ich bleib bei einem Monster Einer kommt T spawn Kann der Monster Äh Connector Connector Letzter Kann ich immer mein Volume ein bisschen hochdrehen Das ist super leise Ah so ist besser Kommt raus Und Connector jetzt Nice Nice Ich bin hier einfach Okay A-Shot Machine Hey Billige Headdarm I love it Oh ja Nice Der hat A-Shot Machine gehört A-Shot Machine Genau den Den meint man Ja Okay Und jetzt B-Rush Bisher kommt grad nicht so schön raus In Rush Rush Billige Headdarm Einfach durch Einfach durch Ich bin geflasht Okay Wow Von wegen einfach durch Oh Gott Oh Gott Shot 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 One V Three An das Monster Echte Seite glaub ich Ja die haben die Bombe Und äh Naja Was weiß ich mal noch Cool Wot 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 Fuck ich bin halt ich weiß gar nicht wieder vier schlusser und ich habe so schnell ich bin rumgesprungen mit dem fort umgekippt bei mir ich habe keine ahnung ich habe kein geld auf jeden fall ja ich habe nicht gar nichts mehr einfach ein flora rushen und der scout toilets einer kommt dann weiß lang ist klar ja komm schon habe ich ein stairs hat mich kobe er sollte da hat noch maximal 20 der akku 20 ap maximal sauber ich hab den ich würde es noch mal eine runde nehmen wenn die mollin und dann rennen sich reinflaschen und zu machen eigentlich bei molly ab kein toxik gesehen ich halte haben er ist klar die ja wahrscheinlich a gerasht guckt hinter euch die planten ich smoke short smoke monster ich blende neben dem pillar an der kante von der bombsite alle noch die sparen um eine treppe einer kommt lauer 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 eine monster raus der hatte eine der geht nicht mehr rein Kein Zeit Pass pipe auf Geht die Waffe saven wahrscheinlich Hat den egal hier Also der eine von mir zumindest Nice Habt ihr gejobbt Panse Danke Okay ich glaub ich geh mal connector Okay Noch nicht wirklich angetastet Gut dass die gerade rushed haben Dass wir nach Fehl gegangen sind Hey übel man Äh ich hab einfach nicht gebraucht Ich komm mit connector dann Halt's einfach Flash Was hast du gemolled Nice Ich flash rum fahrf Blau fahrf Ist glaub ich einer Hast du gemolled Floor park keiner Ja ist keiner weg Vorsichtig da ist auf jeden Fall Irgendwann einer Genaded auf jeden Fall einer rein Also wahrscheinlich Toilets dann Ich hab von Playground Angst Lang hat genaded Wird geflasht Smoke ist von mir Ja Da können wir uns jetzt aufstellen Und dann Geht lang Baum liegt Toilets Ich glaub erstmal ein connector Und schau wie man hochkommt Ich würd Bank smocken Nehmen die Bombe und dann Oh Onside Wow in Toilets Holy fuck ich dachte das ist klar Ja nein Da lag grad bis Äh plant box Plant box Okay ich komm rüber Z box down Fuck that Nice Da war glaub ich noch einer Default Nice Kobi Kobi Der war auch zu schön Ja Du hast Collector Okay Ich hab da auch grad was dämpeln hören Und vielleicht hab ich Xando gehört Der ist Das war das für eine Name Gut Gut Oh fuck sorry Ei Ja ins Ei Richtig ins Ei hab ich dir geschossen Du hast es schon so eine Sache bei mir Es tut mir leid Oh scheiße Lauf Ah ist easy Aber das ist ein Baguette man das ist hart wie Stein Ich lass es Hart wie Stein Kannst es nicht lassen Oh hey ich hab nur noch die Teknein die ich vom Zopfmann gekriegt hab Can do won't do Das ist ne gute Teknein man die bringt Glück Noch immer kein Kill Zopfdreck man Tetranus Ich würd nicht dran nuckeln aber Könnte töten Haselnuss Walnuss Äh Lopax Rush Gut Mindestens noch einer Mindestens noch einer No B is clear 2 2 2 2 2 2 Einer noch von Long Einer ist noch getlinkt bei Party 20 AP Party Ein anderes auf B Ja einer ist auf B mit ner Shotgun GG Wow Ja 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 Gerade hab ich's gesagt da hab ich nicht mehr sehen Report Dann ab nach A Der Typ Ich hab grad vier Leute von denen eingetriegt Zwei gekillt Einer Nacht nicht gegeben Ich hab nicht alle gelöscht Viel Glück bei deinem Overwatch Murphy Das war nicht so Das war nicht so Das war nicht so absurd Die waren nur langsam mit ihren eigenen Schuss Haben zwei Leute ne Smoke dahin verkackt Echt jetzt Komm schon Mit Absicht so tief Ja genau Natürlich Oh man Würde ich jetzt auch sagen Ich dachte grad was Pantel geht dein Kill holen Also ich war einer der so verkackt Ja ich will den Kill Ruhig jetzt Der war auf B der Zielfan Ja eben Der ist hier wirklich so sehr Dass du ihn jetzt auch schaffst Wahrscheinlich wird er jetzt Über auf die Saven Die er geklaut hat für Xendo Wo hat er Überbrennt weg Er laufe hin auf Side wahrscheinlich Zum T-Spawn T-Spawn oder Playground Hier liegt deine Waffe Lang stirbst jetzt glaube ich sogar noch Na Nö Hier kann ich überleben Also ein mit dem Flaggen Ja ich geh wieder auf Kenneth Die war so weird Das ist keine Sau Die war so seltsam die Map Das kennst ja Ich tue es ja Die ist halt einfach nur neu Die ist halt auch weird Ich mein die können die vielleicht immer dann Das ist besser Das heißt doch eigentlich ein neues immer besser Lass mal alle zusammen Mal gehen Komm das mal tun Okay Aber was wir noch nicht gemacht haben Ich wollte gerade lang gehen Dann habe ich da alle Lopaxe Und deswegen Alle Bisschen Ich züge nur ab Und nicht Das ist zumindest hier unten sauber Das kommen schon Ich mein ich habe gerade was Ich meine ich habe gerade was gehört Ich meine ich habe gerade was gehört Na ja Ist sicher Da war gerade eine Waffe durch die Wand Fangen raus Toad Toad Was macht der denn hier Der ist tot Die laufen gerade alle in meinem Crosshair Gut so Weitermachen Ja und ich bewege mich zu viel Ich bewege mich zu viel Glaub ich 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 Und dann Lass mal gucken mit der Orb Nicht die Monster halten Naja hier Also wo gehen wir Kann ich die Bombe babysitten Achso Stimmt Also Wir brauchen halt irgendwas Wie wir es immer machen Einfach chillen Finde ich immer gut Monster ist gefeuert Connector einer unten Pipe liegt Smoke Monster genaded Was Connected down Ich bin gedinkt Fachbombe Ah shit Einer Einer long oder Einer long oder Ich glaube ich habe gerade einen Long oder Playground gehört Perfekt Ich bin nach B-Meter-Bombe Gut Kaka Ach war das detonate oder was Stop Nicht detonate aber ich Der eine hat mich Der hat die nade geworfen Ich blende offen Fuck everything Und während die nade geflogen ist Wurde ich getaggt von einem anderen Was Fuck Äh Stimmt mich nicht an Mann Echt ein Sandwich Äh Sandwich Sandbags Du wärst gern Sandwich Sandwich Steps Pipe Also Heaven Und so weiter Heaven und Lower Ist hier Stimmt ne ne Könnte Xander gewesen sein Ja Oh da war einer Schön Ja ich habe es umgehört gerade Oh Wollt ihr langsaufen Nope Stuck Hat er Hat er Hat er Jetzt dich oder mich gesehen Ja Ich weiß nur die Kuh Gegenüber mich Und ich bin halt hingekroucht Was mich hat keiner gesehen Also Long halten sie gerade zwei Eine Toilette sind raus Und Rock Erfolgreich verfehlt Ich glaube der Toilette ist wahrscheinlich So Lower Sagen wir Lower einfach mal rushen Wenn einer vielleicht Richtung Long hilft Ja Soll ich Richtung Long halten Ich bin blind wie noch was Los rechts Collector down Einer connect Okay einer ist noch low buck Oh noch einer connector Mega Collector down Einer war dann eben noch low buck Auf der Seite Richtung Truck Ich smoke bank Ich flash Oh fuck mein Molly Oh da kommt noch ein Molly Wah Vorsicht NA Molly an die Latane Oh god Alter Was ist das für ne Molly Schlag man Plantbox Plantbox und Truck Ich bin so blind Yes Zwei kills Wettbewerden 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 Ich war bei Toilette Auf einmal geht dein Molly auf Wenn ich das scheiß Smoke werfen will Wie geil war das denn Die hat mich halt bis auf sie Im HP runtergebrannt Okay Vielleicht Der Molly von mir Vielleicht War das den ihre Flash ist oder oder Das muss ich jetzt echt wissen Vor allem Senior hat es doch schon zugegeben Das gegen die Latane, Mann Der eine Aber halt dann kann man halt vier Ich bin halt viermal ineinander geflasht worden gerade Sei froh, dass sie sich nicht brennen Das war so Zwei von uns, zwei von denen Wahrscheinlich, ne? Rock aufpassen Ich molly tree Wie perfekt, man Nice Die ist clear Die gepounced Das war Hanna B down, wie gesagt So Vielleicht Was Könnte was Connector kommen Nice Ja, einer ist T durchgerasht Ich halte die Bank Ah, ist noch einer Ah, ist noch einer Ah, da ist einer WTF, wir sind schon noch wach Keine noch Oh, was war das War der Mon von uns grad War der Mon von uns grad War der Mon von uns grad Ne, glaub nicht Dann ist Lower Park einer Toilets closed, kann es sein? Ja, das hier wird Close bei dem Rechte Seite Rechte Seite Ich hab' Schuss in der Bank Nicht besser Toilets Eine wird auf jeden Fall eine Op safe Nochmal Flash Toilets Ah, shit, da Low Park Up Low Park Up Oh, what the Oh noes Den einen hab' ich so nicht getroffen, holy crap Knife ihn, knife ihn Oh Warte mal, hat er sich als Super Saiyajin als Bild Oh ja, kein Schatz WTF Nee, das ist Scream Scream? Echt? Sah voll nicht aus wie Scream Ich glaub's grad in Kurs Gibt's grad in Kurs We don't need knife Ich glaub, der ist falsch verstanden Ach, mach mal hier nur knife Ach, der dachte, der knife skin Alter, hör zu, du brauchst keinen Knife Du gehst nicht zum Arzt Und der sagt dir, ja, dir geht's eigentlich gut Aber was dir fehlt Okay, gehen wir wieder auf Arzt Du brauchst ein zweites Messer, alter Okay, wir haben die Nähke Sorry, das war meine Fuck Der war ein drittes Messer Ja Drittes Messer, meinst du für meine dritte Hand? Oh, nein, nein Connector Connector Out by tree Oder, ja, out by tree Flash, ich flash long What? Down Oh Gott, du hast noch, halt noch Dankeschön Ja? Der piekst halt immer cross heran Die ganze Zeit Und es wird nicht flash long Toilets Connector, alter Wollt ihr drauf Wir können noch mal zurück What the fuck? Senior Senior Connector bei einer Hauptsache ich hab die meisten hier Ich pieg gleich aber Connector Ich pieg gleich aber Connector Oder ihr habt's schon, oder? So pieg schon Piecky 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 Mal die Sonne Oh Gott, ping Wann weiß ich nur, wo du so auf den CT sprich Oder ich würde A gehen, ehrlich gesagt Ja Ich, ähm, smoke, smoke Ah! Toilets Low pockets 40, 40, 40 Toilets Nicht so nah, aber das war da hinten Wahrscheinlich da links neben Toilets Was hängt Dann Ich bin Mh 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 Das wird Bank Dankes noch notice Mal auf, ey Ich bin Dankes noch Klack Zu weit Klack Ben Kombi liegt da 15 Sekunden Nice Das war gut. Oh. Oh. Holy shit. Hade. Du fegert das meine AK? Haha. Counterterrorist win. Haha. E-Flash war halt wirklich echt anlucky für dich. Juhl man. Ich cheats. 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 E-Flash. Kann noch B reingehen? Kauft oder brauchst du? Habe ich noch mal überlegt. Lass mal auf B reingehen. Schnell und hart mit AKs. Genau. Wenn du an Molly kommst, was jetzt sein könnte. Durch. Durch. Ich. Ich smoke's. Okay. Das ist ne gute Idee. Auf geht's. Und dann einfach durch die Smoke auch durch. Auf geht's. Maus geht's. Irgendjemand blockt mich grad heftig die ganze Zeit. Okay. Irgendjemand hat mich grad geblockt. Er ist nicht gemolli't. Ähm. Ja. Oh wow. Ich hab dir jetzt mal meinen Rücken geworfen. Die ist nicht weitgegangen. Wie sind wir so schnell gestochen? Ich wollte die Smoke werfen. Lauf die aus dem Ding. Und werf die Fahrer gegen den Rücken wie ein Vollidiot. Und dann ist er nicht weitgegangen. Ist halt vor dem Molly aufgegangen. Okay werf auch jetzt. Ich bin gestorben. Verbrusche und Text. Eisberg komm her. Ja. Okay. Lass nochmal weh rushen. Das erwarten wir jetzt nicht nochmal. Ich geh vor. Ich geh vor. Lass mich vor. Ich hab die Smoke. Keine Lock vor mir. Bendo. Die geh doch vorbei. Geht ja nicht. Du bist gleich schnell wie ich. Du bist so langsam. Ultra. Ein Molly. Einer Heaven. Hatte linke Seite. Jetzt kommt Molly. Warpter. 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 Oh. Bitte nicht. Bitte nicht. Komm short. Abschott haben wir in. So eine Aufwärter nach Heaven mit der Op. Eine Down lower. Eine Heaven. Warpter. 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 Ein kleinererer. Ick hat's heute mit dem P250. Ich schortlig nur Op. Ist das nicht Centos? Gibt nichts rein, Mann. P250 geht. Warpter. Ich geh auch nichts rein. Vorhin ging's gut. Die Opge da haben. nächste runde bräuchte ich einen drop gewinnt die runde dann brauchst du keinen job nächste runde das wahre geschichte man hör auf den typen das mal das mal verteilen das ist der typ in ping alter das wird ein kumpel okay wer hat mich ein eisberg mit dem effekt schiefst du weißt okay das zusammengehen jetzt ich wollte die bombe flaschlang vorsicht okay ich komme dann auch oder steht einer davor ist das ist auch gleich lang hat man gesorgt doch doch ich halte ich schweiß das ist der ich hab bank im blick wenn er rauskommen sollte Look auf Stairs, Gott Nice Communication Stairs, oder? War der schon raus? Stairs? Bank unten? Ne, ist einfach nur Moment, Moment, ist immer weiter Ich dachte, er wäre schon weg Nö Selber Bank unten irgendwo Na, passt Egal, ich bin wenigstens nett hier auf dem ersten Wie du es wieder übertreiben musst Ha, mein Acker Du brauchst trotzdem ein Jesus Okay Ich bin der Einzige gewesen, der gestorben ist Deswegen habe ich schon letzte Runde gesagt Ich brauche einen Drop Ich weiß das nicht, aber Meine Arbeit wirft er mit dem Geld um sich Das ist meine Arbeit für meine Säge von Hirmann Wir, wir, wir sich hier Fockmann-Karten und sowas kauft die ganze Zeit Der klaut doch beim Bäcker Ehrlich Oh, wow, der Deagle bei Law Park Was ist der? War der gerade? Ist zurückgegangen He shall peek me now Connector steht Connector ist noch immer noch da Connector ist wieder hoch Oh, gehittet Low Park gehittet wieder ab Getackt Okay, ich schlenke grad Connector da Der, was war der genau Ja, nice Ich bin im Toilets dran Die Toilets Ich glaube es waren noch zwei bei Toxic Und ich bin in Richtung A Ich bin in Richtung A Bombe kommen besser Richtung A Der ist? Ich hab die Bombe Nevermind Ich komme Richtung A Ja Gut, dass ich grad einfach auf B rausgelaufen bin Alter, perfekte Banksmoke Freehand Zwei kommen Stairs rauf Ich bin Bank drin Einer kommt Bank Einer kommt, glaube ich Connector Einer Oh, Trash Wie wartest du dich drauf? In der Smoke In der Smoke Nice Das ist ein kleiner Treppe Ich hab glaube ich Bank oder so Mhm Ich bin Bank drin Ah, da ist eine Treppe drin Ist halt wieder meine AK Ich hab 30, ich geh zurück Ich hab 30, ich geh zurück Oh, okay Ich hatte, glaube ich Ich hab grad zwei Kills gemacht in der Runde Ich hatte davor elf Ich hatte schon vor sieben Runden, glaube ich, elf Kills Echt ein paar Rotten nichts gemacht Weißt du doch damals, als du elf Kills hast Ja, das ist genau so war es Irgendwie völlig so elf Kills Irgendwie mit, ich glaube Xendo Ich hatte, glaube ich, 15 zu dem Zeitpunkt Da ging gar nichts mehr Und ich hatte immer noch elf Ich geh da oben, Bug B raucheck ich B, du gehst du raucheck B, du gehst du raucheck Das ist meine Position Eisberg, kochst du ein Kit oder ich? Raucheck, ich geh ein Kit Passt schon Ne, man, ich geh raucheck, du gehst der Roll Dann geh ich Connector Ich hab keine Ahnung, was ihr gerade redet Das ist schon richtig Das ist rauchrecke ABC, man ABC ist rauchrecke Boah, B ist auf jeden Fall eine Asse Kommt das so ein Flashman Monster einer raus Ja, B ist es, glaube ich Aber was heißt B ist es Ja, Short, 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 Short Oh Gott, oh Gott, nicht jetzt Oh, der andere ist schon short raus Könnte da irgendwo sitzen Ja, der, wie hast du den? Wann hast du den? Wann hast du den? Wann hast du den? Der letzte Fadeaway-Short gerade noch Oha 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 Der werden die Beine schwer, Mann Oh, du bist Reporter, Mann Oh, du bist Reporter, Mann Oha Wie Adesander vorbeilauft auf Shorts Ja, Mann Durch die Smoke Beide den Stewie macht durch die Smoke einfach Das war Und Blumen Das war Das war Qualitativ hochwertiges CS, Alter Short Ist schon oben Bei Sandplex Langwerk hat nichts Ich lass lang laufen Langwerk hat nichts Eigenschaft was? Oh Gott Hier sind ein Connector Nee, Langwerk hat nichts Connector kommt was hoch Es kam von B unten Eben, das heißt Händlix weg Ist wahrscheinlich short dann Blaupark sind zwei, drei Stück Blaupark Okay Rotieren Ich geh Heaven hoch Ich bleib auf B Bleib hier Nee Schau ich hab was Nice Nice Okay, jetzt kannst du glaub ich hochkommen Oho F.A. kommen grad Smokes rein Der Skokken, Alter Der Skokken, Alter Der Skokken, Alter Der Skokken ist abgesmoked Bank ist nicht ab Alter, das kommt in meinem Track Planted Planted A Planted A Planted A Oh Einer ist in Low-Pack Und einer Long Und einer Long Der Lang-Truck Letzter ist 50 Son, alter Sack � Du Nice Scout no Scope Scout no Scope das ist total geil das man das macht dann einfach dass wir lassen wir kurz auf b runter gehen schön noch ein bisschen weiter nach rechts gesetzt muss nicht erwarten ich fand sie ein bisschen pipe pushen ja klar ich habe sich neben connector sei doch vorbereitet kommt eines zurück eines zurück im t-spawn gerannt letzter ist ein t-spawn gerannt das wahrscheinlich an rabbit oder wunderschönen wunderschönen danke dafür ich habe dachte du kommst ich habe links schaut aber ich habe mich auch hier rechts von dir genau wie es exons heißt der ist nach a glaube ich man die smoke man dies ja geil also ernsthaftig wenn man die reproduzieren könnte wäre super die war das ist ultra simpel die war doch allein ja teilt euch mal auf eine a und ein b teilt euch nicht zusammen bleibt zusammen er ist so fucking lucky every round aufteilen mit 2v1 ist voll die dumme idee mann außer der wird es unbedingt verhindern dass wir eine bombeblenden kriegen ja genau der sagt nämlich 3v1s es stimmt doch nicht mal wir sind zu zweit runtergepickt und habe mal lucky dass er mich erwischt weil ich in der luft war gerade also irgendwie komm ich echt nicht so noch um den firma zu kaufen ich auch nicht ja ich habe hier wieder ein connector code nektar code nektar code nektar code nektar code nektar oh oh was sehe ich dafür was sehe ich dafür vielleicht vielleicht le dac dac le dac dac die gute dänische flash ich bin super blind oh mein gott muss zurück ich bin eher die da ich gucke ob Monster gerade und ich sehe die ersten hier raus ah shit in der moment ich sehe die nicht mal wenn die raus sind nice noch einer bei Pipe äh Filler die waren sehr schnell da ist Eisberg ja noch einer bei Monster ich weiß nicht ob der tot ist ja der geht zurück in T-spawn ja T-spawn ja ist in Weibes sicher T-spawn oder kann der hier vormonsten sein ich war in Pipe nein nein der ist definitiv T-spawn flashback ok in sitzen da schon oh gott on there ist kann ich hin oh ich bin auch laut Murphy I know ha 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 ich 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 sehe auf jeden fall da nicht bei der Nase der so hier durchgesprungen Eieieiei Oh lass zusammenbleiben ist mein blut an den wänden wieder kein blut warum es ist schwarz so schwarz wie meine seele ich würde zum arzt was sie verkauft an den gottes rushes 170 gegen letztes ich hab noch habe ich die smog so behindert worden was soll ich dieses also ist ein penis sein ich hoffe ich will auch eine dankeschön was hast du für den deagle scan erst einmal in dem spiel ich hab das man die ersten waffen trotzdem einer playground bei oben einer connecter einer connecter kann sie du wirst kannst du nicht in das werden also oben ich kann von allen seiten gerasht werden ich kann von allen seiten gerasht Einer Lower Park, einer Unten Connector. Warte, blenden wir auf. Oh shit, Alter. Das vorher. Iceberg hat hier bei mir gerade nicht mehr mehr einen Schuss irgendwie. Iceberg hat einen deutlichen Schuss. Der hat den übelsten Schuss, Mann. Der hat den geblendet. Was wir sehen, oder was wir noch mit dem machen? Lass mal noch eine Econ. Lass mal Econ. Lass mal einen Eco-Rush machen, durch einen Connector, direkt in deren Popertze. Ja. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Ich weiß nicht, ob die zuhören. Da ist, glaube ich, nur ein Connector gewesen. Von hinten. Connector hinten Richtung B. Ich sag an, drei Leute Connector jetzt. Ich sag's an. Ich glaube, dass da wieder zwei Long sind, die Sprengerfnachtik-Defaults, die ich gerade eben. Zwei Leute B. Warte, war nicht drei, aber waren zwei. Da ist noch einer. Das sind drei. Alter, ich wusste es. Wie wunderschön. Ich wusste es, aber zwei gekriegt, das war gut. Alles klar, jetzt kann man kaufen. Ja, ich kann eben vier kaufen. Yay. First time in my life, mit diesem Menschen. Dann gehe ich wieder B runter. Monster, Monster. Oh, man. Ich hab, wüsste, ähm, nicht Popflash-Pipe. Ja. Die landet neben dem Connector. Neben dem Ding. Und warte kurz bei Short einfach. Und wenn du rauspustest. Und wenn ich, ich sag dir, wenn du nicht so werf. Flash kommt, kannst du pushen. Lower Park Flash. Alle Connector. Party steht. Lower Park steht. Connector steht. Okay. David Arbus. What? 4hp, 4hp. 2,1. 2,1. Noch einer mit 4hp. Connector ist einer low. Ah. Fuck. Genau, um, ja. Der ist schon hochgegangen, slow park. Der ist hoch, ja. Der ist slow park. Ich komm nach oben. Wenn nicht gleich ein Kill kriegt, saifed. Oh Gott. Okay, save, 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 save. I shit, da kommen wir weg, ja. Das, die, die wir sie gleichzeitig peaken. Okay, lass, lass mal... Lass gleich noch mal echo on. Fuck that. Ja. und siehst du es kaufen die ganze zeit wir haben ja genug zeit die komgraden und ich traf auch nichts die worte auch schon ich gehen worte zurück ich gehe mal in heaven noch einer drei connector ja eine hat 24 hp eine ist glaube ich das a da keine arme mehr ab dem leben ich wollte zu machen eigentlich aber okay ich war schon jedes eck einfach ich hab den nicht getroffen ich hab den was du gehst jetzt bin dann gehe ich nicht doch gehe ich bin alleine warum spielen wir dann drei b warum denn ich weiß ja die ganze zeit immer abkommen sind low packstab schon was noch ist noch nichts bisher mindestens b monster hat nichts holi dass du mich erschreckt einer schaut kommen boys ja ja das ist vom monster das wurde man ich habe nicht wir hatten die bombe 3b und ich war ein connector so ein laber ich habe es nicht gesehen dass wir den penis zurück schickt wenn du gar nicht geben wir die farmask dann gehe ich noch mal b flash b oh gott ich rote hier rüber ich bin auf short natürlich kommt jetzt einer ich verarschen double mann double reiner hat den karl reiner dort eines oder lower b dachte ich habe darunter anderes monster bringt es zu ende was ich angefangen habe ich wollte sagen ich habe schon gesagt dann macht eisberg den freien flaschmuck die mann wie beautiful die apola menschmann wirst du schüttel das salzig ist wie ich so kriege ich nur noch sprays wie es mehr machen die ist mehr in der zweiten hälfte gekriegt ich habe mal mehr gebrochen gar nicht mal so schlecht